hi hi ich bin mal wieder unterwegs mit meinen actionfiguren und zwar einen ganzen koffer voll mit figuren ich habe auch schon was kleines hier aufgebaut und den rest gibt es auch gleich ich zeige euch das gleich mal einen moment so müssen die aufnahme kurz wie geht das noch mal kamera kurz drehen wenn denn die will nicht richtig gut für meine actionfiguren für unterwegs alles voll mit actionfiguren und mega cooles zubehör so dann bis bald oder gleich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020